Nun zur dauerhaften Abdichtung der Lichtkuppel. Zunächst wird ein Stück Vlies zur Hälfte zweimal gefaltet, um in einem Arbeitsgang vier kreisförmige Teile zu erhalten. Bis zur Mitte werden diese Stücke eingeschnitten. Mit diesen Kreisen wird die doppelte Armierung der Ecken vorbereitet. Durch Ausrollen des Vlieses entlang der Lichtkuppel wird die Länge der gegenüberliegenden Längsbahnen festgelegt. Beim Zuschnitt der beiden Querbahnen ist auf die ausreichende Überlappung zu achten, sodass ein geschlossenes Quadrat entsteht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017